Hallo liebe Leute, wir sind wieder da und wir kontrollieren jetzt mal hier, was hier so tolles wie Sachen gibt. Da ist ein Vieh am Lieb. Nice. Hier hinten gibt es noch eine Kiste und, äh, ja willkommen eigentlich mal. Ich habe willkommen noch nicht gesagt, äh, ich habe einfach mal weiter gelabert, so als wenn nichts gewesen wäre. Äh, ja, ich hoffe ihr hattet einen angenehmen Tag oder startet den Tag gerade mit meinem Video. Das wäre natürlich dann startet der Tag immer angenehm. Und dementsprechend gehen wir jetzt, äh, weiter fordern. Im letzten Part hatten wir das Monster, äh, so ein fettes Monster, was in Ketten lag. War jetzt nicht meines Erachtens nicht allzu schwer. Natürlich ändert sich das bestimmt im Laufe der Zeit. Und jetzt kommt auch direkt die erste Cut ziehen. Ha, du bist noch alive, mein schöner Junge. Ein Gewerbe wie du, wie du mich nicht verletzt hast. Warum nicht ein bisschen Zeit und jetzt zurückzuhören? Ein Gewerbe? I prefer to call it being smart. And you've gotta be smart to get anywhere in this life. A sword-wrapend idiot like you wouldn't understand. You'll be nothing but a murk, crawling in the dirt for the rest of your stinking life. You'd best watch your tongue, before you lose it. No need to get so worked up. Something to... Okay, ich glaube jetzt kommt der erste Boss. Ha, 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 ha. Okay, Leute. Licht ganz nah am Boss. Tappen wir irgendwo durch den Sichtfeld, okay? Tappen wir da rauf da. Okay, wie gehe ich hier da rauf? Zwei, vier Gegner. Okay. Und's weiß ich nicht mehr. Wie heig hat er das Dingau da rumont Commands? Ja, that's it. Woah 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 woah. Nöweste Strudel, okay, was geht los jetzt? Wenn Medikament ver popt war, wer hat der Schuhen von Befasiung? Und hat er einen Kettenbonus? Ja, Kettenecker Befasiung? Okay, Kettenangluft, okay. п galaxy angle magnetisch und Watch the Department比 agua juste mêmes den bombardtern這一СТAP. Okay, weg. Alle Entdeckungen gehen. Jetzt wieder zackigter von mir. Jetzt erlegt jetzt Ding. Schnell. Oh Gott. Oh Gott, der erste Boss ist das. Machen wir ganz den Eindruck. Oh, jetzt hat er wieder von mir bekommen, beziehungsweise ich. Alter. Markiert das Ding. Ich auch. Trinkt ja alles nichts, wenn man... Alter. So, jetzt haben wir die ganze Scheiße wieder. Oh Gott. Wir kriegen jetzt, glaube ich, platt, bevor überhaupt hier was passiert. Oh. So, erledigt. Das war der erste Boss, glaube ich. Den haben wir jetzt gerade elegant ins Jenseits geschickt. Den komischen Fett-Klops. Klops. Aber was ist mit mir los? Wir haben momentan irgendwelche Sprachprobleme. Ich kann mir nicht ganz zuordnen. Leiser Tod. Zwei Stärken. Okay, wir warten mal. Wir wollen uns erstmal leiser Tod haben. Wir haben jetzt jetzt leiser Tod zweit. Den nehmen wir natürlich. Wir sollten vielleicht mal schauen, dass die anderen auch mal was Tolles kriegen. Hier, Spänze. Boah, Alter. Er kriegt jetzt den leisen Tod, den keiner hat. Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, Piraten-Serie-Plus-Fünf. Ich glaube, was Stärktes kann sie erstmal mit dem Ding nicht kriegen. Obwohl, hier, schaut mal. Leiser. Na gut, das ist mein Schwert, was ich hab. Okay. Alles übersichtlich. So. Lachen wir jetzt noch Scherz-Bananen ein. Das ist das einzige Spiel auf der ganzen Welt, wo man Leute mit Bananen abschießen kann. Es ist faszinierend. Hier, ich springe aber... Ey. Oh, falsch, Knopf. Ich springe aber über euch. Gibt's hier unten vielleicht noch... Uah, da gibt's nichts, wie's aussieht. Wenn ihr noch ein bisschen schneller klettert, dann, äh... Ja. Ich glaube, es ist noch auf diesem Punkt geworden. Vielleicht gibt's irgendwas zu erforschen. Allerdings, glaube ich, dass... Ne, ist nichts. Dass wir den Boss schaffen, hätte der Typ bestimmt nicht gedacht. Naja, aber... Er weiß nicht, dass ich Matissell bin und, äh... ...wann er der Besten bin. Ich hätte lieber von der anderen Seite gehen sollen. Ich hätte lieber von der anderen Seite gehen sollen. Ich hätte lieber von der anderen Seite gehen sollen. Ich hätte lieber von der anderen Seite gehen sollen. Ich will kein Geld, ich will diese Scheiß-Medizin, du Idiot. Tja, da läuft sie gegen den Beton. Warum schaust du hier und leckst meine Brüte? Dann wird's gut. Na, meine Fisch wird noch die meisten von der Gespräche machen. Geh das, Brüte-Hand. Mirani hat nur dein Leben geholfen. Du wirst nicht so glücklich, nächste Mal. Alter Bekloppte. Wir haben die Medizin für den Jungen! Ja, Warren. Dank uns kriegst du wieder deine Medizin, mein Junge! Ja, du kannst uns das Geld geben und schnapp's! Ja, sowieso? Okay, das war doch mal ne nice Aktion. Okay, dann gehen wir erstmal. Dann schauen wir mal, was das Nächstes uns so erwartet hier. Und irgendwelche Charaktere, die wir ansprechen. Naja, nee. Komm, wir speichern erstmal. Wir speichern hier. Ja, wir haben den Boss besiegt, also hallo? Da darf man doch mal öfter speichern. Gut, gut. Was ist mit den beiden los? Oh, Zayl! Wie ging's? Wir haben ihn aus, ohne einen Hitz. Gut zu hören! Oh, das erinnert mich an. Lisa fragt dich. Oh, wirklich? Ja, sie fragte sich, ob du immer eine Mädchen zu einer Bar und spielst, wenn du sie in den Sack gehst. Oh. Nein! Das ist ein spezielles Fall! Sie wurde durch den Gott getrunken. Oh, wirklich? Ja, bei ihr ist es anders, ne? Nein! Oh! Du hast viel zu lernen. Ich hatte eine schöne Zeit, mit Siren zu sprechen. Hm? Ja. 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 Aber wir haben doch erzählt, wir sind Händler. Und wahrscheinlich hat sie schon jetzt erzählt, dass wir, äh, Söldner sind oder sowas. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich denke, es ist Zeit, dass du nach Hause gehst. Wir sehen uns. Ja. Das macht Sinn. Ich denke, es ist alles gut. Um, bevor ich gehen, ist ein Ort, wo ich wirklich möchte, dass du mich holst. Jetzt? Es ist die Mitte der Nacht. Ich weiß, aber es ist ein Ort wirklich speziell für mich. Das ist vielleicht die letzte Mal, wo ich aus meiner Hause kann. Also muss ich da gehen. Ich muss da gehen. Ich muss da gehen. Bitte, ist es. Klar. Wir sind ja ein Gentleman. Wir wollen die ja abschleppen. Äh, nein, wollen wir natürlich nicht, aber... Before returning home, Lisa convinced Zale to visit the place so special to her. And so together, they went to Stargazers Tower. Sternenturm. Okay, Kapitel 7, der Sternenturm. Nice. Es ist schön. Es ist schön. Es ist schön. Es ist schön. Ja. Die beiden haben die gleiche Glow. Das ist mein spezielles Platz. Okay, das wird wieder schwer. Ich erinnere mich, dass meine Mutter hier stand. Als mein Vater hier war, er gab mir eine Pädagogik. Meine Mutter und mein Vater haben beide geblieben, als ich sehr jung war. Also, ich habe nicht so viele Erinnerungen des Zeit, die wir zusammen haben. Aber für einen Grund, ich erinnere mich immer wieder hier mit ihnen. Wow. Wow. Es ist unglaublich. Es erinnert mich gerade so bis zum Anfang, wie sie es sehen. Diese Szene, wo sie ihn absüben sind. Und mein Vater hat mir erzählt, dass wir hier zusammen kamen. Dann gab es eine andere Meteor-Szauber. Jetzt, dass ich darüber denke, habe ich auch einen gesehen. Als ich ein Kind war. Es ist ein langer Zeit, seit ich über diese Tage gedacht habe. Was gibt er denn? Was gibt sie? Was sind diese? Seine Lens. Sie sind ein Memento von meinem Vater. Sie benutzt sie, um auf den Skogen zu schauen. Wie dieses. Wow. Ah, damit wird ein Teleskop, du Spachmat. Was ist das? Wolltest du, meinen Glacke Star sehen? Glacke Star? Wo...? Was? Links vor mir, links? Find the goddess, then look for the blue star she's pointing to. Auf dem blauen Stern auf den sie zeigt. That one? Da hab ich. Hey, dann ist das der da? Oh! Genau, über. Ach, da! Sie nennen sie die Twinswans. Ist das nicht zwei Sterne? Na ja, aber das ist das, was sie bedeutet. Es sind Sterne, die können deine Bestimmung ändern. Wieso? Hast du eine starke? Diese starke, vielleicht? Diese starke, die jemanden für alle ist. Aber ein kleines bisschen indisitiv. Was? Wirklich? Hast du einen Omen jetzt, oder was? Jetzt geht's los hier. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe plötzlich etwas erinnern. Was ist das? Ich höre einfach zu denken. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt... Ich höre einfach zu denken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020